Herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier bei Go4Pyro. Heute habe ich für euch einen Test die Bloody Mary aus dem Kaufland gekauft für 4,99 Euro, letztes Silvester. Hier haben wir einen Kaliber von 20 mm und 12 Schuss und hier eine Gesamt-NNM von ca. 125 Gramm. Ich öffne das Ganze mal noch kurz. So sieht das Ganze aus. Schlichtes Design von Veko. Hier steht nochmal Bloody Mary drauf. Und ja, bei mir jedes Jahr dabei mehrmals, auch für 4,99 Euro. Sehr schöne Batterie. Hat mir bis jetzt immer sehr gut gefallen. Ich wünsche euch auf jeden Fall jetzt viel Spaß bei der Zündung. Dann sehen wir uns gleich draußen wieder. So, jetzt die Bloody Mary von Veko. Ja, heftiges Teil. Auch für 5 Euro noch jedes Jahr dabei. Wenn es euch jetzt gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like und ein Abo da. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein und ciao.